Ja, moin moin, herzlich willkommen zu einer Runde Terraria. Ja, ich glaube, die wenigsten haben unser erstes Let's Play erfolgt. Denke ich jetzt mal so. Wir hatten mal wieder Bock, besonders ich hatte mal wieder Bock, eine Runde Terraria zu spielen. Aua! Und ich habe mal den Sven mal wieder mitgenommen. Ne, Sven? Ja. Ja. Bin ich auch wieder dabei. Wir kriegen hier schon hart auf Nüsse. Also es kann nur gut werden. Boah, ist Zinnen am Anfang wichtig? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich nehme mal ein bisschen Zinnen. Ich weiß ja nicht, was das für eine Welt ist. Ja, einmal in die Normale und dann gibt es, wo das Zeug anders heißt. Blei Ernst. Okay, keine Ahnung. Zinnen. Ich nehme erst mal Zinnen. Ja, wir gucken mal, was wir hier reißen können. Das ist ein bisschen härtere, ist eine Expert-Mode-Map. Das heißt, die Friecher geben uns ein bisschen mehr auf den Sack. Aber wir kriegen auch ein bisschen mehr. Aua! Wir sind schon ein paar Mal durch Zombies gekillt worden. Aber so ist das. Ist das Eisenerz hier? Lidohr? Was ist Lidohr denn? Ich glaube, das ist Eisenerz. Das ist vergleichbar der Mente. Aber ich bin mir auch nicht mehr 100 pro sicher. Ja, wir haben auf jeden Fall voll den Blick. Voll die Terraria-Profis. Wie man sieht. So, was meinst du? Ja, wir wollten hier eine Ebene machen, ne? Ja, ich versuche gerade erstmal mal den ganzen Scheiß zu finden. Äh, habe ich nicht irgendwo Dreck? Hast du den ganzen Dreck? Nö. Ich halte den da hinten mal. Alter, natürlich kommen hier jetzt drei Slimes. Ich sage euch, ne? Also diese... Er springt über mich drüber! 33 Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt skillig ausweichen hier. Jetzt ist Können gefragt. Weißt du? Und vorher noch so, ja jetzt ist Können gefragt. Alter Vater, also... Das letzte Mal haben wir, glaube ich, auf einer ganz normalen Map gespielt. Da war das nicht so krass heftig. Ach. Also man sieht hier, wir haben hier schon einen Friedhof aufgebaut. Alter, warum? Entschuldigung. Alter Vater. Alter Vater. Oh. Vielleicht stirbst du. Pass auf. Ja, jeder muss mal sterben. Früher oder später. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Mann! Oh, die sammeln sich... Ich kenne um mein Leben. Ich kenne um mein Leben. Scheiße, ey. Ja, es wird noch spannender. Wir schaffen das noch. Vielleicht nicht heute, aber... Ich glaube, wir machen so 20 Minuten Folgen, so. Das passt ganz gut. So, das überlebe ich jetzt. Die drehen alle zu mir, alles klar. Der eine stirbt schon. Einen, 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 einen habe ich schon. Was für eine Quote. Das ist der Quoten-Slime. Das sind alles blaue und keine schwarzen Slimes. Da wäre das ja noch weh jetzt nicht. Dann würdest du richtig auf den Sack kriegen. Das ist so bescheuert. Man kann besser mit der normalen Axt die platt machen, als mit dem blöden Kutschwer. Ja, das ist ja auch scheiße. Ja, aber so richtig scheiße. So. Soll ich uns doch schon ein Dach geben? Was? Hey, mal Tab drücken, ne? Das ist echt so schlecht. Ach, ich habe den ganzen Kram ja auch gar nicht mehr. Ich bin ja gestorben. Ich voll Noob. Dafür habe ich umso mehr. Äh, einmal Escape drücken. Na, guck mal schon. Ich brauche, fürs Crafting brauche ich ja Holz. Das ist das Crafting. So, jetzt. Ich will noch ein bisschen Holz besorgen. Ich und mein Holz. Ein paar Fackeln machen. Jetzt kommen doch schon wieder so viele Kackviecher. Da will ich es mal reichen. Hast du Spaß, ja? Ja, und ich zu mir. So, jetzt kräftig mal. What? So, jetzt muss ich mal zu. Was machst du denn da? Hast du Spaß? Versucht, dass er da nicht rein fliegt? Oh, shit. Ja, er springt ja halt immer weg, dieser kleine Penis. So. Ist das Klappen eigentlich? Keine Klappen. Klappen. Äh, ich kann Holzklappen herstellen, ja? Ich habe auch Holzklappen jetzt gemacht. Ich gehe mal jetzt mal ein bisschen nach unten. Wir müssen mal zusehen, dass wir ein bisschen Stuff kriegen. Erst mal. Ich habe sechs gelegt, das ist natürlich. Gut. Ja, man muss hier mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich will eine perfekte Tür. Wo ist Tür? Wo ist Tür? Wo ist Tür? Nein! Hä, wieso kann... Ah, ich muss... Kann das dann nicht wieder abbauen? Das stimmt. Oh, der hat was gefressen. Boah. Richtigen Abstände einhalten. Wie waren das noch immer? Vier oder so? Oh mein Gott. Äh. Bombe. Ah, geil. Äh. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh. Oh Gott sei Dank. Lol, hier ist schon. Ach, scheiß drauf. Ein bisschen Verschwenden ist sowieso. Ah, nein. Das können wir dann noch besser so machen. Was ist das hier? Ach, eine Wood Door. Ach, guck. Torches. Potion. Tungstenbar. Was kann man damit machen? Es ist wahrscheinlich genauso was wieder wie Eisen. Aber wir brauchen aber erstmal eine Workbench in so'n Scheiß, ne? Ja, habe ich ja schon. Ach, die hast du schon? War natürlich nicht so schlecht. Achso, ja. Äh. Hä. Weiß so. Was ist, hä? Äh. Du, 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 du. Ach, der. Ach. Schlau mal, ja. Warte, ich habe noch. Was machst du da? Hä? Du kannst dich doch am... Ach, ja, stimmt. Ja, ich bin voll Nubig. Ja. Wollen wir mal sehen. Kann ich hier denn jetzt was crap? Das ist doch der einzige Grund, wieso ich den Scheiß hier mache. Ja, ja, sorry. Ne, wahrscheinlich fehlt mir da was zu. Ach, ich weiß auch nicht mehr die Ratios oder so. Wahrscheinlich habe ich nicht genug von diesen Bar. Weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Kannst du ja auch nicht sagen. Ah, das ist irgendwie sechs Stück oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich meine zwölf und acht. Oh, du hast ja schon fast ein fertig ausgerüsteter Raum. Den kannst du ja mal dicht machen mit einer Tür und dann kann er, glaube ich, schon einen PC einziehen. Das kann gut sein. Ich habe die Tür gerade kaputt gemacht. Witzigerweise. Wieso denn das? Wieso machst du sowas? Ah, na, hier ist einfach Wasser. Sand ist nichts. Mal in die Richtung bohren. Wir arbeiten uns vor. Ah, nee, das ist ja Sand. Ich bin ja sowas von dämlich. Aber dieses Wasser, das ist auch scheiße. Oh, ich glaube, das ist noch mehr Wasser. Also, wenn du gleich absäufst, ist das nicht meine Schuld. Keiner gesagt, oder? Nicht, dass dann das Geschrei groß ist. Nein, ich bin abgesoffen. Immer dran denken, dass ich mal wieder hochkomme. Das wäre wahrscheinlich besser. Zack, einfach irgendwie eine Fackel dahin. Ja, in der Tat. Das wäre echt besser. Was war das für ein Geräusch? Blub, 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 blub. Ich habe keine Ahnung. Wasser? Könnte sein. Hier höre ich ja auch sowieso Wassergeräusche. Ah, Wurm. Komm, du, Miss Vieh. Ach, scheiße. Ab ihn. Ups. Was tut ihr denn gemacht? Ja, das kann man doch wohl nachlesen, oder? Ja, aber wie? Ja, ich bin runtergefallen. Ach, erzähl mir mehr. Shit happens. Wird aus der Quale... Nicht auf die Quale fallen! Oh. Oh, hier ist nur so ein ganz bisschen Wasser. Alter, die Viehschaden. Was hat ein Geräusch? Echt zumindest. Oh Mann, Alter. Hört sich sehr sexy an. Hörst du das auch? Ja. Ja. Oh, hier ein Crit. Ein Zweier-Crit. Schon wieder ein Zweier-Crit. Alter Vater geht's rund hier. Der dreht sich die ganze Zeit. So. Glowsticks. Wie geht's hier denn hin? Ja, dieses Fackelnplanten war. Das ist so beschissen gemacht. Healing Potions. Habe ich denn überhaupt wieder meine Fackeln, ey? Oder brauchen wir dafür für Rüstung und so nicht so ein Amboss? Ja. Ah, ich wundere mich... Komm, und dafür brauchst du erstmal einen Schmelzofen. Ach so, was brauchst du da? Nur Stein für? Ja. Ey, das ist so krass, wie kacke die denn. Die Waffen. Ups. Achtung. Bin eigentlich gestorben. Ah. Scheiße. Die sind halt so krass stark und die Waffen sind am Anfang so krass schleiße. Schleiße. Scheiße. Das geht gar nicht, ey. Ups. Oh, ich seh ganz viel zack, das auf dem Boden liegt. Das gehört gleich mir. Ey, nein. Boah. Nein! Puh. So. Äh. Loll. Wieso hab ich meine Waffen nicht eingesammelt? Weiß ich nicht. Vielleicht war die nicht mehr da. Naja, ne. Jetzt hab ich... Braucht dafür nur Stein, sagst du? Nimm ein bisschen Stein mit. Vielleicht da oben schon mal in den. Waffen gehen mir nämlich krass auf den Sack. Ups. Ja, das hat jemand die Tür aufgemacht und wer kann wohl bei uns Türen aufmachen. Denke mal, das war der NPC. Machen die denn da bei dir, Alter? Das ist ja auch nochmal. Da ist ja die ganze Bude kaputt da, oder was? Ja. Ich kann schon einen Amboss machen. Und was baue ich noch für einen Ofen? Ich hab einen Ofen schon gebaut. Ah, nice. Nice. Oh, ich muss jetzt zeigen. Wunderheißig. Oh, hier ist ein Torture. Okay. Hey, manchmal... Ach guck, mit Dingsklick war das. Kommt ich das da einsam? Oh, wusste ich. Natürlich. Kann ich irgendwas cooles craften? Ja, ich kann was craften. Longsword war das? Longsword war das oder Broadsword? Longsword. Broadsword? Ja, Breitschwert. Oh, geil, Alter. Weg mit dem Scheißzeug. Kannst du noch was machen? Cooles? Nee. Ja. Ja. Endlich, ey. So, kann man da auch mal ein bisschen weiter gucken. Mhm. happens. Ja. 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 Was machst du da oben eigentlich? Was ich da oben mache? Ich baue ein bisschen unser Haus Kann ich das hier nicht an die Wand hängen? Nein, nicht Was ist denn hier noch gezeigt? Amethyst War das für Farbe oder für was war das? Keine Ahnung, Edelsteine waren irgendwie Die haben, glaube ich, fast nie benutzt Nee, kannst du auch, glaube ich, Hooks mitmachen Ja, stimmt So ein Kack, ich weiß es nicht mehr, hundertprozentig Wie gesagt Ach, das war schon alles, ne? Oh Alter, neunpitz Silber. Weißt du, geht das hier nicht irgendwo gleich so weiter? Weißt du, ich hab die... Die Klappe auch gar nicht dabei. So. Ich muss doch irgendwo... Loll, wieso ist der da gespawnt? Okay. Wenn ich hier weitergehen will, brauche ich sowieso noch... Oh, ich hab noch mehr... Ah, sag ihm. Klappen. So, jetzt will ich doch mal wissen. Ah, das ist doch schon mal ein bisschen besser. Ja, komm her. Wenn man viel Schaden kassiert, ist das auf jeden Fall ein besseres Schwer. Vielleicht lohnt es sich zu craften, wenn man das so findet. Kann sein, ja. Durchaus. Durchaus. Natürlich ist es Nacht, leck mich am Arsch. Hätte ich dir auch sagen können. Jetzt wird ja schon wieder so ein harter Zorn... Ah, der kriegt jetzt wesentlich mehr auf den Sack. Oua. Sagt er. Sagt er. Oh, Mann. Ein Hit. Und dann gibt er mir wieder einen. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast ja auch keine Rüstung an, du. Ja, das stimmt. Aber was soll das denn? Er hätte sich doch noch jemanden fangen können. Ah. Ich bin sowieso auch tot, wenn hier mal unten ein Dingsbums reinkommen sollte. Ja, komm halt's Maul, Alter. Ah, jetzt ist hier noch so ein Auge, Alter. Das kann... Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, hier ist erstmal ein guter Cut, wo ich jetzt gerade schon wieder gestorben bin. Ja, nubiger Start für so einen Anfang. Aber hau rein, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Musik 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 Musik